Willkommen zu einer Vertiefung in einem der dramatischsten Momente der Geschichte, der Belagerung von Wien im Jahr 1529. Dieses Video konzentriert sich auf den legendären Anführer des Osmanischen Reiches, Zélemin den Prächtigen, und seine kühne Kampagne ins Herz Europas. Wir werden die Einzelheiten, Taktiken und Ergebnisse der Belagerung erforschen und untersuchen, wie das große Unterfangen der Osmanischen Armee von der Habsburger Verteidigung abgewehrt wurde. Wir entdecken die Osmanischen Angriffe auf die Mauren Wiens, die unterirdischen Tunnel und die strategischen Züge, die das Schicksal des Krieges bestimmten. Zusätzlich werden wir die langfristigen Auswirkungen dieses historischen Ereignisses auf das Osmanische Reich und Europa diskutieren. Sie werden sehen, wie dieser kritische Moment im 16. Jahrhundert die Zukunft Europas prägte und wie Innovationen in militärischen Taktiken den Verlauf des Krieges veränderten. Diese historische Belagerung ist nicht nur ein Wendepunkt in der Militärgeschichte und den internationalen Beziehungen, sondern auch ein Symbol für die tiefen kulturellen und politischen Konflikte zwischen Ost und West. Jetzt, begleiten Sie uns, um diesen Wendepunkt in der Geschichte näher zu erkunden. Vergessen Sie nicht, das Video zu liken und unseren Kanal zu abonnieren. Die erste Belagerung von Wien im Jahr 1529 markiert den Höhepunkt und einen Wendepunkt in der Expansion des Osmanischen Reiches in Europa. Diese Belagerung wurde von einem der mächtigsten Herrscher des Osmanischen Reiches, Sulemin dem Prächtigen, angeführt. Zu dieser Zeit war das Osmanische Reich auf dem Höhepunkt seiner militärischen und administrativen Strukturen, und sein Vormarsch ins Herz Europas begann, das Gleichgewicht des Kontinents zu verschieben. Der Marsch und die Macht der Osmanischen Armee der Vorlauf zur Belagerung begann mit einem langen und mühsamen Marsch der Osmanischen Armee, die zwischen etwa 100.000 bis 300.000 Soldaten zählte. Diese gewaltige Armee durchquerte die Balkanhalbinsel, um Wien zu erreichen. Berühmt für ihre Belagerungstechniken in der Geschichte, war die Osmanische Armee mit schweren Kanonen und anderen Belagerungsmaschinen für diesen Angriff vorbereitet. Die Verteidigung Wiens Die Verteidigung Wiens wurde von den Habsburger Armeen durchgeführt, die mit dem Schutz der Stadt beauftragt waren. Während dieser Zeit stand die Habsburger Monarchie unter der Herrschaft des heiligen römischen Kaisers Ferdinands I. Die Zahl der Verteidiger in Wien variierte je nach Quäle zwischen 15.000 und 21.000. Die Verteidigung der Stadt wurde durch dicke Mauern und tiefe Gräben verstärkt, und auch die Bevölkerung der Stadt beteiligte sich aktiv an der Verteidigung. Der Verlauf der Belagerung nachdem die Osmanische Armee Wien erreicht hatte, belagerte sie die Stadt und initiierte eine Reihe von Angriffen, um sie einzunehmen. Während dieser Angriffe versuchten die Osmanen, die Stadtmauern durch das Graben von unterirdischen Tunneln und den Einsatz von Sprengstoff zu schwächen und zu zerstören. Diese Strategie spielte während der Belagerung eine bedeutende Rolle. Kritischer Punkt Entdeckung der Osmanischen Tunnel Einer der kritischsten Momente der Belagerung von Wien war die Entdeckung der Osmanischen Tunnel. Die Habsburger Verteidigung erfuhr von den Osmanischen Tunnel Grabungsplänen durch die Aussage eines gefangenen osmanischen Soldaten. Anschließend stellten die Verteidiger wassergefüllte Eimer rund um die Stadt auf, um unterirdische Bewegungen zu hören und effektiv den Standort der Osmanischen Tunnel zu erkennen. Der Zusammenbruch der Osmanischen Strategie Die Entdeckung der Osmanischen Tunnel und die Gegenangriffe der Verteidigung verendeten den Verlauf der Belagerung. Die Osmanen hatten geplant, die Tunnel zu nutzen, um die Stadtmauern zu durchbrechen, aber der Scheitern dieses Plans führte zu Moral- und Logistikproblemen. Zusätzlich sah sich die Osmanische Armee schweren Wetterbedingungen und Versorgungsschwierigkeiten gegenüber. Das Ende der Belagerung und ihre Auswirkungen der Scheitern und der Rückzug der Osmanischen Armee markierten das Ende der Belagerung. Dieses Scheitern bedeutete eine Grenze für den Vormarsch des Osmanischen Reiches in Europa und beeinflusste das Kräfteverhältnis unter den europäischen Nationen in den folgenden Jahren. Die Belagerung von Wien war nicht nur ein militärischer Konflikt, sondern auch ein Spiegelbild der kulturellen und politischen Spannungen zwischen Ost und West. Der Osmanische Versuch hinterließ nachhaltige Auswirkungen in Europa, und das Ereignis wird sowohl in der Osmanischen als auch in der europäischen Geschichte als bedeutend angesehen. Die Folgen der Belagerung führten dazu, dass das Osmanische Reich seine Politik und Kriegsstrategien in Europa überdachte. Es führte auch zu einer einheitlicheren Haltung und verstärkten Verteidigungssystemen unter den europäischen Mächten gegen die Osmanische Bedrohung. Zusammenfassend steht die Belagerung von Wien 1529 als Wendepunkt in der Geschichte des Osmanischen Reiches und Europas. Dieses Ereignis bietet ein reiches historisches Erbe, das es wert ist, in Bezug auf militärische Taktiken, Belagerungstechniken und internationale Diplomatie untersucht zu werden. Während das Scheitern der Belagerung ein Rückschlag für das Osmanische Reich war, bleibt es ein bedeutendes Ereignis, das den Lauf der Geschichte beeinflusst hat.